Ich bin hier mit Dominik und Pascal und wir verantworten jetzt eure Fragen über alles, was wir drauf was tun haben. Also es wird keine Diskussionsrunde werden, sondern ein Frage-Antwort-Spiel. Und die erste Frage stelle ich mir vor, weil ich weiß, dass es kommt, nur damit es aus dem Weg ist. Dominik, wann werden wir weggehen von der Millimum Repired Version von PRP2? Ich sehe die Frage, ich könnte gerne eine Maske anreiten. Ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber ich möchte sagen, wenn Prästifikationen angehoben werden würden von PRP5.2 oder von PRP5.2 oder von PRP5.2 oder von PRP5.2 ausschließen, die keine Ahnung haben, wie man PRP5.2 updaten kann. Irgendwie ja, was PRP5.2 überhaupt ist. Und das wollen wir halt nicht. Und ja, wir haben eigentlich keine Probleme zurzeit für Core. Und ja, bleibt das vorher erst so, bis die Anzahl User von PRP5.2 auf eine ziemlich niedrige Zahl gesunken ist. Keine Ahnung, wann das sein wird. Also aktuell ist so, von den gesamten WordPress-Versionen ist der Prozentsatz bei 8, noch was Prozent. Für die letzte Stable, ich sag mal, das war jetzt so 4, da ist so mittlerweile schon, ja, knapp unter 5 Prozent. Aber, also es ist nicht so, dass wir selbst, sag ich mal, intern darüber auch reden und uns halt so, ja, diese Prozentsätze raussuchen. Bisher haben wir aber noch keinen wirklichen da gefunden. Vor allem ist halt auch hinter, also so ein Update von 5.2 auf 5.3, das ist jetzt eigentlich zum heutigen Zeitpunkt 2016 eigentlich nichts. Weil dann haben wir dieselbe Diskussion über 5.3 oder, ja, über 5.3, die wir jetzt über 5.2 haben, im einen Monat wieder. Das ist dann halt nicht so wirklich der Sinn der Sache. Deswegen ist halt wirklich so unser Ansatz, dass wir halt sagen können, okay, wir springen jetzt direkt von 5.2 auf, aktuell ist zum Beispiel 5.5, ist ja so, die noch mit Security-Fixes ausgestattet wird, wenn ich mich nicht täusche. Dass man halt so einen Sprung macht und das ist aber dann halt doch wieder komplizierter, weil da ist dann halt dieser Prozentsatz von den aktuell genutzten PHP-Versionen doch höher, der liegt dann wahrscheinlich irgendwie bei 30 Prozent. Die können wir natürlich nicht ausschließen. Deswegen müssen wir halt so diesen, ja, Mittelweg irgendwie finden, aber da sind wir halt selbst auch noch auf der Suche, oder dass wir da irgendwie mal, ich sag mal eine Roadmap definieren, wo wir dann sagen können, keine Ahnung, 2017 ist vielleicht so weit, oder, also es gibt da halt wirklich nichts Konkretes. Dankeschön. Bitteschön. Vielleicht ganz kurz zu uns, wollen wir uns noch etwas vorstellen, vielleicht haben wir direkt übersprungen. Ja, also ich bin Pascal aus der Schweiz, ich bin WordPress-Entwickler und Student und ich habe das Embeds-Feature-Plugin entwickelt, das in WordPress 4.4 kam, bin jetzt Core-Committer und Release-Lead von 4.5.1. Ja, ich bin der Dominik, ich bin der aktuelle Release-Lead von 4.6. Ich bin jetzt mittlerweile seit, ich sag mal, fünf Jahren oder so, Core-Committer selbst, bin aber auch relativ noch in, ja, anderen Gebieten von WordPress unterwegs, wie zum Beispiel Polyclouds oder halt diese ganze Internationalisierung auch von der WordPress.org-Plattform selbst. Da beteilige ich mich und da bekäme ich wahrscheinlich auch die meisten eher von, ja, soviel zu mir. Ich bin Konstantin, seit genau einem Jahr, letztes Jahr für WordPress. Ich habe den 4.3-Gutys geleitet, das ist ja, der euch die fantastische Funktionen, oder Fantastische Funktionen wie Menüs im Kastenmeister gebracht hat und natürlich auch seiteigen, ja. Ich arbeite auch in einem Team, was zu 100% zu WordPress und der WordPress.org-Plattform weit wird, das ist unser ganz Top, aktuell arbeitig an einer überarbeiteten Version des Frageverzeichnisses und ich spreche da auch morgen Nachmittag-Tour, also wenn er etwas hat, dann bin ich ja nicht dabei. Ähm, ja, erste Frage, habe ich schon Fragen, oder du magst es, weil du eine Frage stellst? Dann kann man natürlich auch mal, ich mache keine Fragen. Und Dominik, wir haben eine Frage, oh ja, wir haben eine Frage, bitte. Nur einen, bitte kurz, wenn ihr eine Frage stellt, dann versucht sie ein bisschen so knapp wie möglich, oder halt umzukommen, weil wir müssen auch nochmal nachsprechen für das Video, dann ist es, ich weiß nicht, es ist ein umdizierter Weg. So lange ist es. Also einfach, wie kommen wir an die Grundlagen für die Prozentsätze, also wer, welches Version kommt rein dazu, weil es jetzt, ob das Wunso hat in der Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso-Wunso. Und dann, wenn ihr auch zum Beispiel Update vorgeht, also die Update-Zeit im Abblenden, dann schickt eurer Post-Präsentation eine Anfrage an das selber und fragt, hey, gibt es Updates für Core, oder für meine Pakets, die ich habe, oder für meine Teams, die ich habe. Und mit diesen Anfragen wird diese Information rein geschickt. Ja, welche PRP-Version habe ich, welche Meister-Version habe ich. Genau, und so bekommen wir die Statistiken, um zu wissen, okay, 8 mal 3 Prozent, glaube ich, sind das aktuell für 5.2, bei aller Versionen, ja, also alle Versionen für 5.2. Ist das so richtig? Ja. Das heißt dann zum Beispiel Installationen, wo ich jemanden habe, das ist so laufallend, was du gesagt hast, die ja gar nicht mit Prozesse. Ich meine eben nicht. Es gibt hier die Konstante, oder die feine, die ist so laufallend. Ah, ja. Die werden dann gar nicht mit Prozesse, weil eben überhaupt nicht, das Klimaum gibt es ab jetzt und so weiter gefahren wird, oder? Hat die Konstante, diese laufallend, ausrufen darauf, ob die Request gemacht werden, Dominik? Das ist ein guter Teil. Ob ich weiß, was die Krache da eigentlich ist, dann... Ich würde sagen, nein. Also es kommt dann darauf an, ob dann diese Request noch nachwenden. Ich bin mir 100% sicher, ob dann durch diese Konstante, die dann auch blockiert werden. Ja. Ich glaube nicht, oder? Ja. 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 Wenn wir die PRP-Version haben, bevor ein PRP-Version ausgeführt wird, dann könnten wir ja das PRP-Version verhindern, wenn wir die PRP-Version hoch sind. Ja. Okay, also... Ja. Ja. Also, die Frage ist, ob wir, wenn wir ja die PRP-Version wissen, können wir ja die Updates quasi für diesen User auf einer tiefen PRP-Version blockieren. Dass er nicht updaten und dann geht es kaputt. Da ist natürlich das Problem, dass man eine neue WordPress-Version hat mit cool neuen Features und Bugfixes, vielleicht auch Security und dieser User erhält dann diesen Release nicht. Und dann ist die Seite eigentlich unsicherer, als wenn er auf 5.2 ist und dafür die neueste WordPress-Version hat. Das heißt, 4.4 ist unsicher? Nein, das habe ich damit nicht gesagt. Das heißt, 4.4 ist unsicher. Also, das habe ich... Ich kann auch hier hinaus, aber im Endeffekt kann man nur ja die User ziehen. Weil die Beute... Wir treten schon wieder in die Diskussion ab. Wollen wir uns halt auf Frage-Antwort bestellen? Ja. Ich würde mich jetzt schreiten. Ja. Das ist nun mal... Das wurde so. Ich gucke auch nicht drauf. Scherz. Ja. Wenn ich die Frage habe, habt ihr die nicht besorgt? Das ist ja der Wertwirkung von Zeit zusammen. Ja. Dann wird das Custom Post-Status-Ticket geschlossen. Das ist seit, glaube ich, sechs bis sieben Jahren offen. Und da ist nun die Diskussion drin, ob jetzt ein Custom Post-Status ein Highlights einer bestehenden Status sind oder... Ja. Das ist eine Frage, die ich glaube nicht... Das ist ja... Also die Frage war, was machen wir uns das Custom Post-Status-Ticket geschlossen. Was natürlich jetzt bei der Möglichkeit offen lässt, geschlossen als, macht man nicht und geschlossen als, wir haben sie geklappt, ne? Genau. Das ist eine gute Frage, ja. Ich erinnere das Ticket jetzt nicht genau. Aber es gibt ja jetzt zum Beispiel 446. Weil ich ja den Post vorhin gesehen habe. Habe ich einfach mal gefragt, die Community weiß, die sich gerne wünschen für 446. Da könnte es vielleicht sogar sein, dass dein Ziel jetzt auch schon gut ist. Dann schaue ich mir das einfach mal an. Und dann zählt zum Beispiel so eine der Aufgaben von so einem Mitglied, die einfache Konsecutors für diesen Wunsch aus in der Community irgendwie zu finden. Die dann halt wirklich daran arbeiten wollen. Von daher ist es dann halt wirklich spannend sein und halt gefixert oder halt auch geschlossen, weil es vielleicht auch irgendetwas mit einem Dagell oder so. Ja. In dem Fall ist es auch eher... Ich würde mich persönlich erinnern, dass diese Selectbox dann automatisiert auftaucht, wenn die Kassenpoststatus anliegen, dass mit dieser Kuhle, mit dieser Dropdown, halt lieber erscheint. Das ist irgendwie entscheidend. Ich glaube, da gibt es auch die Pads in dem Ticket. Ja, müssen wir sehen. Ja, ganz schön. Ich habe noch eine Frage, wird Pressed geworfen und Mehrsprachigkeit? Also, ist sowas wie bei der Hand oder? Wird Pressed geworfen und Mehrsprachigkeit? Ja, ist sowas geplant? Hast du ja? Hast du ja? Soweit ich weiß, kennt sich da Dominik eigentlich am besten aus? Ja. Du hast das, glaube ich, in Köln mal beantwortet. Genau. Ich wollte gerade sagen, die Frage... Ich weiß nicht, ob es sogar von dir selbst kam. Also, in Köln kam die Frage auch schon mal. Und da hatte ich dann darauf hingewiesen, dass es halt eine User Group gibt, die sich darum halt gekümmert hat. Das waren, glaube ich, fünf Personen, die sich dieses Thema halt angeschossen haben. Da waren halt mehrere Plugin-Autoren von verschiedenen Plugins, die das halt schon irgendwie implementieren. Und das war halt so, ich sag mal, einer... Ja, wie soll ich sagen... Der Lichtblicke, sag ich mal, dass da vielleicht was draus wird. Aber leider ist das aktuell so, dass sich das irgendwie im Sand verlaufen hat. Warum, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, es gibt da immer noch die Seite. Ich weiß nicht, vielleicht weiß es noch gar nicht jemand. Ähm, Thorsten, weißt du vielleicht da was? Multi-Ring-Wolf-Ring.com? Ja, irgendwie sowas. Genau, die Seite. Da könnte man... Da hatte... Wenn ich mich nicht täusche... Simon... Der Nachname ist mir grad entfallen. Simon. Genau, Simon. Der hat sich da mal für eingesetzt. Aber da gab's sogar auch mal mehrere Meetings so. Aber wie gesagt, das ist irgendwie im Sande verlaufen. Da wär's halt mal... Ja. Also es fehlt halt einer, der sich da nochmal wieder die Initiative nimmt und dann... Ich glaube, dass das Grundproblem ist, wie es in einer eigenen Prinzip, ne? Dass viele Leute, die die Tagessorten nicht hundert Prozent zu bringen sind, die die Frage, dass das Problem lösen und darauf hoffen, dass Thor dieses Problem löst. Und Thor hat aber gesagt, wenn den Tagessorten da ist, das zu lösen, ja? Dann gucken wir jetzt auch erst mal nicht. Wir brauchen einen Tag, dass das gut lösen kann. Also machen wir mal eben drauf. Ja, grüß dich. Rekord, was du zu sagen hast? Ich wurde sich da auch sehr häufig gegen den Helden. Finde ich auch eine ganz gute Lösung. Und ich finde es sehr schade, dass so ein internationales CMS, was das einfach so sehr schön für das Größte machen wir eigentlich, das Thema herrscht. Ja, ich finde mir alle. Entschuldigung. Ihr sagt ja, dass er es schade findet, dass das weltgrößte CMS das nicht lösen kann. Da sind wir komplett an der Meinung. Aber bevor wir eine ungeheilige Lösung raushauen, würde ich was sagen. Ja, wenn ihr da noch was zu vieler sind, erwarten würde ich auch. Ja. Wenn man die 16 rauskommen sollte und schon veröffentlicht war im Mikro, aber so, dass es eben nur mit 4.4 nutzbar war. Und habe dann im Clean Review Team gesagt, ihr habt ja ein Team im offiziellen Mikro, das eigenständig verwendet werden kann, weil es hier zu dem Zeitpunkt noch nicht Stable raus war. Und dann hieß es, das ist aber nicht Thema vom Clean Review Team, sondern ich muss mich an die Meta gucken oder an Core Teams wenden. Und man wird halt dann im Grunde immer weiterverwiesen und landet irgendwann auf offiziellen ETAG-Seiten, wo man nur ein Request machen soll. Nochmal, gibt es da vielleicht auch irgendwas in Zukunft, dass wir solche Fragen und Wattriff fragen, Wattriff jetzt schon in einer anderen Form auch annehmen, zum Beispiel über Support-Forum? Puh. Die Frage ist doch einfach. Ich weiß nicht. Die Frage war, wer es auf einen Satz zusammenfassen möchte. Im Moment sind Wattriff jetzt die Einzelmöglichkeit Wachs zu Reporten, gibt es eine andere Variante? Im Moment sind Wattriff jetzt die Einzelmöglichkeit Wachs zu Reporten, gibt es eine andere Variante? Nein. Eine andere Variante gibt es. Ich sag mal, gerade wenn wir die Wetter überwiesen sind in Alpha und so, dann gibt es ja ein spezielles Forum im englischen Superforum, das heißt halt Alpha-Wetter. Da kannst du zum Beispiel, also das ist ja ein ganzes Mal das Forum, deinen Wähler, den du gefunden hast, melden. Und dann gibt es da halt Leute, wie zum Beispiel die Mika, die dann halt, ich sag mal, das Schreiben des Tickets übernehmen. Also das muss relativ vorabständlich in der ersten Zeit passieren. Auch mal andere sind da, das wäre dann halt so, ich sag mal, eine weitere Möglichkeit, wenn man sich halt nicht der Sache vertraut ist, so ein Ticket zu schreiben. Ja. Darf ich nochmal nachfragen? Ich halte das so verstanden, dass es ja jetzt diese Feature-Requests gibt. Ich halte das auch irgendwie verstanden als eine Art Meta-Ebene, die nur Mark-Tickets hinausgeht. In Feature-Requests, nur Mark-Tickets hinaus. Meinst du, da sind Feature-Projects und Feature-Projects? Ja, Feature-Projects. Okay, Feature-Projects. Ja, also Feature-Projects in der Agentur ist ein neuer Name für Feature-Projects. Die gibt es ja schon mal. Einfach zum verdeutlichen, dass ein Feature-Project nicht mit einem Fagin anfängt, sondern mit einem Problem, das man lösen will. Ja, das kann dann auch als Co-op-Patch dann gelöst werden. Das kann man nicht umgekehrt werden. Also, wenn es mit Back-Rückboard-Säge ist, dann ist es ein Heide-Projects. Ja. Feature-Projects in Form des Weges. Das ist für auszustehen, nicht so ganz da zu bleiben. Okay. Das ist für auszustehen, nicht so ganz da zu bleiben. Das ist richtig. Und auch gerade mit einem Beispiel, wenn ich das System war, es so kam, was in der Fall kompliziert hat, war einfach, dass die Entwicklung auf GitHub stattfand und nicht im Core-Track selber. Und das ist aber deine Frage oder dein Klärer oder dein Buck, der mehr eine philosophische Frage war. Wir sehen ja von, wie gehen wir das an, als ein Code-Bug, den man momentan in die Seite gefallen könnte. Es war halt die Entscheidung zu sagen, wir sinken die GitHub-Entwicklung auf ein normales Team, damit Leute, die eine Testumgebung haben, das dann auch direkt testen können, ohne eben zu Diabetes bis zu Geräute. Die Absicht war eigentlich das Einfaches-Machen für Leute. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es kommt sehr darauf hin. Weitere Fragen? Eigentlich zwei Fragen auf einmal. Einer hat dich, was sind denn eigentlich Dominik? Erste. Dominik, was sind deine eigenen Produkte, die gehen für vier Prozent? Jetzt nicht nur das Crowdsourcen, sondern das Sicher-Session zum Kopf. Zweite Sache, du hast gerade vorhin erwähnt, direkt war das Fragenrepo. Ja. Kommt die, kommt die nicht mit? Coole Frage. Die erste Frage war, was meine Ziele, Ideen für WordPress 4.6 sind. Also, beziehungsweise meine Ziele auch. Also mein Hauptziel ist eigentlich, dass ich das ganze Team ein bisschen wieder, also es hatte jetzt nichts direkt mit dem Code zu tun, sondern meine Absichten sind aktuell bis dahin die ganzen Komponenten von WordPress, da sind wir ja aktuell bei 60, glaube ich. und da einfach mal wieder Leute zu finden für diese einzelnen Komponenten, die dazu bereit sind, die mal wieder ein bisschen zu managen, irgendwelche Tickets abzuarbeiten, die die ganze Zeit über die letzten zehn Jahre oder so da sich angesammelt haben. das ist halt, geht so ein bisschen in das Projektmanagement rein, das ist auf jeden Fall einer meiner Ziele. Auch gerade die Kommunikation nach außen, weil viele Sachen finden ja eigentlich jetzt im Slack statt, was man halt auch nur über einen Account dann halt lesen kann. Also man kann halt als Außensteher jetzt, der jetzt noch keinen Account hat, da relativ wenig Sachen lesen. Ansonsten bin ich halt, wie jeder andere Release, liegt eigentlich auch auf die Mitarbeit der einzelnen Committer, aber auch Feature-Leads angewiesen, dass ich mir halt aus deren Ideen mir welche Sachen rauspicke, sei es da vielleicht irgendwelche neuen Features für den Customizer, um mal einfach eines zu nennen, ist zum Beispiel Customizer Transactions oder auch im Customizer die Post, also sozusagen eine Art Frontend Editor über den Customizer, das sind so ein paar Features, die eventuell im 4.6, also wir sind ja immer noch am Anfang offiziell da, Start ist erst nächste Woche Mittwoch. Ich habe halt Ideen, wie zum Beispiel auch noch, das war letztes Mal in Köln, haben wir das schon mal angesprochen, so was auch ein bisschen vielleicht in Richtung Multilingual geht, dass ein Benutzer seine Sprache für das Backend festlegen kann. Was habe ich sonst noch? Also Ideen hat man halt viele, aber das Problem ist halt, dass man halt auch immer noch die Contributor dafür finden muss, was ist jetzt so meine Aufgabe für die nächsten Wochen und ja, ist das soweit? In Ordnung oder hast du noch alles da? Ja? Wenn du schon verliebt bist, dann hast du ja Macht über alles, nimm doch bitte endlich und dann wird die Post Klasse weg. Ja, aktuell machen wir das halt wirklich so, dass wir fast eigentlich vor jeder neuen Klasse, die wir einführen, wirklich dieses Feinde davor setzen, aus dem einfachen Grund, dass wir das selbst nicht erweitern sollen, weil wir halt immer noch so denken, okay wir haben selbst etwas eingeführt, aber, und halt im Hintergrund mit dieser Backwards-Kompatibilität, da sind wir einfach mit dem Fein auf der sicheren Seite. Das ist einfach so, wenn wir da jetzt das zum Beispiel wegnehmen, dann müssen wir halt wirklich wieder drauf achten, was wir jetzt in der Klasse neu hinzufügen zum Beispiel oder sowas. Also ich verstehe auf jeden Fall den Ansatz, aber aktuell, ich sag mal, ist halt so die Philosophie, dass wir die Möglichkeit halt gerne unterdrücken müssen aufs Grund, einfach aufs, ja, Maintenance-Grunden, sag ich mal. Aber, ich weiß nicht, ich könnte jetzt gerne wieder sagen, ein Ticket, aber ich glaube das gibt es sogar schon, das nochmal anzusprechen, gerade auch vielleicht nochmal Vorteile, Nachteile, sowas, dass das auch nochmal gerne aufgreifen, gerne in meinem Post zur Wunschliste, 4, 6 auch nochmal aufgreifen, dann habe ich es im Hinterkopf und kann dann auch nochmal das gerne ansprechen. Die zweite Frage, ja, wir arbeiten an Fragen-Deutschwege, kommt jetzt endlich bis? Na, und? Ich habe eine Fingere Neulichkeiten, was das denn geht. Kommt erstmal nicht. Das heißt, ja, aber, nein, aber, ja. Nein, aber, es gibt aktuell eine Möglichkeit, für Feature-Plugins, ähm, von GitHub selber, also nicht unbedingt GitHub, aber GitHub, ja, auf, ähm, ein Pugin in, in, im Repository rüber zu sinken, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dieses die meisten Pugin ist aktuell drin. Äh, das, das Ziel des, ähm, neuen Pugin-Direct-Rays ist, ähm, nicht notwendigerweise die, äh, Version-Control-Software, sondern, mehr, mal hinwegzukommen von Lulipress, was aktuell die ganzen Daten managet und hinzukommen zu Wordpress, ja. Ähm, also auch das drin, ähm, und das Ganze ist auch oben draußen, das ist eigentlich mehr, äh, das Ziel des Projekts, als notwendigerweise die, ähm, ähm, Visions-Control-Software-Seller. Kann man dann vielleicht jetzt hier gleich noch nicht, ähm, Feature-Quest stellen? Ähm, könnte man endlich auf, äh, äh, Kommentare und die ganzen Diskussions-Threads und so weiter abdrehen und einfach nur einen Link einführen, der auf GitHub-Dischöse verreist? Können Sie mal Kommentare und Diskussions... Einfach alles, was Kommentare und Diskussion angeht, von Support-Requests bis, keine Ahnung was, einfach abdrehen, auf, auf Wunsch des Repo-Eigentümers oder des, äh, äh, okay. Äh, kann man, äh, Kommentare und Support-Requests einfach abdrehen, äh, und auf eine URL verweisen. Ich nehme an, dass man zumindest, äh, den, äh, den Support-Forum teil, in dem die Leute, äh, Farb schränken. Ähm, ist aktuell, äh, ja, so schön, dass mich hört, das. Wird, wird, wird in der aktuell-Version wahrscheinlich nicht, nicht groß teilt sein, weil wir uns da eher auf, wie wir auf die Unternehmer-Requests fokussieren wollen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, 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 was in Zukunft getan werden könnte, ja. Ich bin mir auch fast hier, dass es schon irgendwo mal, ähm, aufkam und das geklärt wurde. Das hört sich nicht komplett neu an für mich. Wenn nur, wenn wir, wenn wir, wenn wir uns hier bis hier zur Schiene, äh, äh... Ne, es steht schon voll ganz, äh, wenn wir, wenn wir uns hier nicht lesern, warum, ähm, ähm, warum es sein sollte, ja. Sorry, wir wollten nur eine, aber vielleicht von der Diskussion und mir irgendeine Frage an, ob wir letztes Mal so das macht haben, äh, äh, ist das ein bisschen ausgehauen. Mal noch eine Frage? Ja, äh, äh, nur hinten rechts. Bitte. Bitte. Ja. Ähm, meine allseits beliebte Frage, ich höre Verschulungen, ähm, wenn Kunden die Sachen einrichten, warum gibt es in der Mediatheke eine Taxonomie? Warum gibt es in der Mediatheke keine Taxonomie? Nein, das haben wir ja eigentlich mehr anbauen, ich brauche rein. Ja, 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 ja. Wer hat sich jetzt jemand täuscht? Also, lustig was haben wir, äh, glaube ich, nicht gestern, sondern wir das brauchen, weil... Ähm, dieser Feature-Request beim, äh, Wishlist-Post wieder aufkam. Äh, ich verstehe das, äh, total. Bei großen Seiten würde ich das auch einbauen. Das Problem ist halt, für irgendwie, ja, die 80 Prozent der User, die brauchen das gar nicht. Also, die sind dann irgendwie alleine, Blocker, und haben nicht so viele Bilder vielleicht, ähm, aber es wird unterstützt, es gibt Plugins dafür, und ist zu diesem Teilpunkt halt eigentlich dann nicht Core-Material, ja. Ja, hier vorne haben wir noch mal der. Ja. Ähm, aktuell gibt es ja die Möglichkeit, oder, was heißt aktuell, es gab es schon immer, äh... Ja. 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 Gibt es Pläne, Pläne, die Pläne-Datei und Liquid-Datei zu kombinieren und doppelte Aufwand zu vermeiden? Also mit dem neuen Point-Retory ist das noch nicht Teil der Tweets. Was wir allerdings machen werden, ist, dass wir das Updaten von Kompatibilitäts-Versionsnummern einfach ausmachen, sodass man keinen neuen Connect braucht dafür und man es auch nicht in irgendeinem Fall abdecken muss. Also es ist dann heiß, neue Version 4.5 und raus, und du möchtest dein Target sagen, mein Target ist auch kompatibel mit 4.5, dann kannst du es in Zukunft in der Admin UI machen und musst dafür dann nicht eine neue Version deiner LinkedIn-Datei erstellen. Es gibt ein Trick, das fragt, ob man diese Informationen alle in der JSON-Datei zusammenfassen kann. Das ist, glaube ich, im Moment hängt es ein bisschen an, dass Leute der Meinung sind, dass es für einsteigende Entwickler eine weitere Höhe darstellen könnte und natürlich auch ein Rückpass-Kompatibilitäts-Problem sein könnte. Das heißt, genaueres in der Zusammenhersierung ist. Aber in der nächsten Zukunft wird das wirklich interessieren. Bitte. Du hast gerade das Stichwort einsteigende Entwickler und Entwicklerinnen, sag ich mal, gebracht. Und wie ist deine persönliche Haltung und die von euch beiden? Einfach jetzt eine Meinungsabfrage sozusagen, in Bezug auf überhaupt das Grundkonzept, die Einstiegsschwelle niedrig zu halten. Wir haben einen Target reposentiert, ich glaube mit über 44.000 Target oder so. So was sind wir, ja. Und die niedrige Einstiegsschwelle wird natürlich allseits immer als eine ganz tolle Sache behandelt, weil dadurch natürlich mehr Leute kommen zu WordPress, mehr Entwickler und Entwicklerinnen kommen zu WordPress. Auf der anderen Seite kreiert es ja auch eine Menge Load. Also mit einer niedrigen Einschnittsschwelle habe ich ja auch jede Menge Cowboy-Cola und so, die einfach Gezeugler reinballern. Und auch wenn es eine Review gibt oder eine, ich glaube, maschinelle Entwicklung, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall irgendeine Art von Kontrolle, ist diese Kontrolle, die Schwellerheit relativ niedrig. Und ich würde ganz einfach mal euch drei fragen, wie seht ihr das? Findet ihr das was Gutes, dass die Spende niedrig ist und dass immer mehr Kram kommt? Oder würdet ihr persönlich lieber vielleicht sogar eine höhere Spende sehen für den Einstieg von neu einsteigenden Entwicklern, um vielleicht im Endeffekt mal in Mittelfrist oder längerer Frist dahin zu kommen, dass sich die Qualität generell geht in diesem Recorder-Tory. Es gibt natürlich tolle Praktiken dafür, aber okay, du hast die Frage gestanden. Jaja. Was ist unsere Meinung bezüglich der niedrigen Einstiegsschwelle für neue Entwickler und die Ausdruckung, die es mit sich bringt, dass es unheimlich viele Plugins gibt, in den Recorder-Tory-Tory-Tory-Tory-Tory-Tory. Und nicht nur drängerweise gut sind. Ja, also dann fange ich mal an. Ich habe auch mal klein angefangen. Es dauerte ewig, bis ich mal zum Beispiel mein erstes Plugin-Pository hatte. Aber ich war froh, war es so einfach. Also zum Beispiel, dass es dann ein Padder umfangreich war und ich ging in diese brauche Datei, um es zu kontrollieren. Und ich denke, für neue Steiger ist es immer noch super, dass die Schwelle nicht so hoch ist. Klar war es dann eine gewisse Kontrolle. Ich glaube auch, man achtet darauf, dass keine Pagnes zugelassen werden, die es schon gibt in einer Entdeckung. Aber es gibt halt immer noch ein paar... Ja, ich glaube, es ist schwierig, da eine gewisse Balance zu halten. Also meine Meinung ist halt, dass dieser Einflug oder Einstiegsgeber auf jeden Fall einer, der stammt von Wervis ist und der ihn halt auch unternärgiges erinnern wollen würde. Natürlich stimme ich dir zu, dass halt auch die Qualität der einzelnen Plugins dann manchmal doch zu wünschen übrig lässt. Allerdings muss ich dann auch sagen, dass dieser Review-Prozess, der ist nicht manuell, also der ist wirklich... Ich glaube aktuell machen es sogar nur zwei, drei Personen. Den hat wirklich die ganzen Plugins dann halt auch mal durchschauen und auch meiner Meinung nach mehr Feedback als früher gab. Also dass da auch schon mehr Wert drauf gelegt wird. Auch gerade wenn es zum Beispiel geht um die Internationalisierung. Das war ja vor zwei, drei Jahren überhaupt. Da hat sich keiner darum gekümmert, dass darauf jetzt zum Beispiel geachtet. Oder halt auch, wie Pascal gerade schon gesagt hat, die ganzen Duplikate, dass er sich dann irgendwann in dem Auto mal gedacht hat, okay, kopiere ich mir das, ändere den Namen um. Da gibt es jetzt eine ganze Menge, keine Ahnung, letzte Woche wurde zum Beispiel einfach 20, 30 Plugins dann halt einfach wieder gelöscht, um halt diesen Qualitätsstandard dann doch so langsam allen Menschen höher zu setzen. Also da wird schon dran gearbeitet. Aber halt diesen allgemeinen, einfachen Einstieg, das ist halt wirklich einer der Standpunkte von Veris, den ich halt gut finde auch. Ja und was raus sagen ist, sich durchaus umgefangen haben zwischen, es gab, wenn wir heute einen Social-Linear-Button fragen, es hat mir jetzt das selten zu anfangen zu sagen, wir haben schon mal Leute davon vielleicht, könntest du uns sagen, was an deinem Anlass ist, was toll ist, oder was das andere macht, was andere. Und was ich auch noch mal herausstellen wollte, war, das ist durchaus was ist, was das Core Team aktiv pusht, ja, dass wir diese Einstiegspreisung zur geringen Möglichkeit hatten, was uns leider immer nicht gelingt auch, was man an Überslagen sieht zum Beispiel, wo er sagte, es ist so schwierig, der Markt zu übereiten, Markt zu übereiten, ja. Also es ist immer noch, was wollen wir arbeiten, was wir immer nachfuschen wollen. Ich habe so eine Nachfrage, glaube ich. Nein. Okay. Ja, bitte. Wie sieht das Ganze, was die Grütti ist, also, wie muss ich mir den Ablauf vorstellen, wenn da jemand jetzt einen Plugin, also, du findest in einem Plugin-Leading in Security schon, gibt es da auch da ein entsprechendes Security Team, der sich dann mit dem Entwickler zusammensetzt, oder? Genau. Wie sieht das aus? Wie sieht der Prozess aus, wenn man einen Security-Leading in einem Plugin findet? Okay, ja. Also, man muss immer unterscheiden, Security, also eine Sicherheitslücke in einem Plugin oder im Core. Bei Core bitte unbedingt an security-at-wordpress.org mailen, nicht irgendwie öffentlich oder so. Und bei Plugins am besten per Mail an plugins-at-wordpress.org. Also, das ist eigentlich wichtig, dass man das vertraulich macht. Bei Plugin vielleicht den Entwickler zuerst versuchen zu erreichen, wenn man den kennt. Und dann wird das eigentlich ziemlich zügig dann behandelt. Genau. Mit Sachen von Sachen von Prozess ist es so, dass... Es ist speziell, weil die Frage ist, dass man die Regierungsliste in der Fall angucken, wie sich die Frage anschauen, den Autor versuchen zu kontaktieren. Wenn der oder die Autoren sich da nicht melden, dann erschienen wird, ob man das dann deaktiviert quasi, also aus einem Reporter herausfindet. Und im ganz klassen Fall, wie es schon ein paar Mal eine andere Wahlvorkam, dann so aufmessen, die Frage ist, was die Realisation nachher, dann auch ein automatisches Update aufsteht, was dieses Security Problem gehebt. Ja. Nachfrage? Ja. Noch eine Frage. Und zwar, du hast ja gerade eben gesagt, dass letztendlich bei jedem Locking wird ja am Workforce letztendlich geschickt, welche Version ich habe, welche TH4-Version. Wird da auch eine Plagendistin geschickt? Nicht bei jedem Locking. Also die Frage war, ob bei jedem Locking, wenn meine Workforce-Situation bei Workforce selber nachfragt, was es an Neurungen gibt, wird dann auch eine Plagendistin geschickt. Also es ist nicht bei jedem Locking, sondern es ist nur ein und ich glaube, die Praxis gehört auch im Informations-Version und Coop-Version, also nur bei den drei Dateien oder Seiten-Version, wenn es halt die Check-Off-Seite aus einer Version gibt. Und ja, eine Plagendistin wird dann im Geschick. Ja. Ja. Ich habe eine Frage zum Thema Flat-Editing. Also wann kommt da was im Call? Hast du eben schon mal ein bisschen durchblicken lassen, dass du vielleicht ein bisschen über den Kasten weiterdenkst? Ja. Es gab da viele Dynamiken von den Zoller irgendwie. Da ist auch einfach meine Frage, ich habe das nicht weiter verfolgt, wie ist da der Stand und wie in der Richtung geht es da? Die Frage war typisch des Flat-Editing vor einem Beitrag. Da habe ich ja schon am Anfang schon gesagt, dass es da jemanden gibt, ein Team, das sich halt mal darin setzt, die ganze Funktionalität von den Customizer halt dafür zu nutzen. Die Idee von der Ella, die Isolde, die ist glaube ich schon, ja, auch ein bisschen im Sand verlaufen. Also aus dem Plugin, was ich geschrieben habe, wurde auch schon viel übernommen. Oder das oder so, aber halt dies allgemein von den Zoller. Ja. Genau. Das ist dann halt der Weg. Ich glaube, das Plugin heißt Customizer Post und das müsste jetzt sogar auch schon, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat, wenn wir solche Feature-Plugins haben, dann werden die halt auch in der Plugin-Liste unter, es gibt da so einen bestimmten Better-Tab aufgelistet. Das heißt, da könnte man sich dann auch schon mal die Plugins installieren und dann halt mit dem Hintergedanken, dass man dann halt wieder mehr Leute gewinnt, die dazu gerne mitarbeiten wollen. Also das ist dann, wenn du dich dafür zum Beispiel interessierst, dann kannst du dir das Plugin ja auch mal installieren und schauen, ob das vielleicht so in die Richtung geht und halt halt auch im Endeffekt helfen, um dann, keine Ahnung, ob jetzt 4.6 oder 4.7 dann halt etwas in diese Richtung halt zu bekommen. Wie heißt die Frage nochmal? Customizer Post. Ja. 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 Ja, genau. Momentan ist es ja so, dass die Settings in Wordpress über auch die Web-Admin-Wordfläche in die Datenbank gespeichert werden, also allgemein das Lesen, Schreiben, solche Sachen. Bei Sublime Text, dem Texteditor, ist mir das zum ersten Mal runtergekommen, dass man sowas auch in der Textdatei speichern kann, in JSON oder wie auch immer. und ich finde den Ansatz bei den Einstellungen eigentlich sehr gut, zwecks Resonierung und auch Vorbereitung, also wenn man eine neue Wordpress-Installation aufsetzt, da eine Textdatei einzusetzen mit den ganzen Einstellungen. Gibt es da schon Meinung dazu? Was ist eure Meinung dazu, die Einstellung in der Textdatei zu speichern, anstatt in der Datenbank? Ja. Die Frage war, die Einstellungen, die aktuell in der Datenbank gespeichert werden, halt irgendwie von Videotoren, wie zum Beispiel Subline, ja in der Exo-Datei, JSON oder, keine Ahnung, Windows-Indie, abzusprechen, ob es schon irgendwelche Ideen zu geben, also das soll ich jetzt zum ersten Mal? Ich weiß zwar, dass Subline das so macht, aber so diesen Vorschlag allgemein für Wordpress, also ich wüsste jetzt. Also ich denke, es wäre ein schönes Feature für Site-Setups, das ist mal irgendwie eine Seite-Datei in Jogo, ein Allout-Setup und man automatisch funktioniert. Ich weiß nicht, wie das generell mit Optionen aus den... Das gilt dann in diesem Interessante-Ansatz, aber das ist jetzt nicht so etwas, was... Ich hätte gesagt, also ich habe das jetzt noch nicht gedacht, das ist jetzt nicht irgendwie, was man sieht. Sagen, kommt morgen. Ja. 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 Gibt es irgendwelche Bemühungen, so Plug-in-Abhängigkeiten zu realisieren? Also es ist wunderbar im Moment, die Frameworks werden ja auch nicht mehr angenommen, ein Pository, was man vorhin nachvollziehen kann, aber gibt es doch vielleicht eine Alternative, dass man bald Bibliotheken in Wordpress einbinden kann oder sowas? Die Frage war, wie sieht das aus mit kleinen Abhängigkeiten? Ja, Composer ist wahrscheinlich ein Wort, das da häufig fällt bei Dependencies, wolltest du wahrscheinlich sagen, ja. Also technisch ist es eigentlich nicht so ein Problem, das umzusetzen. Das Problem ist eigentlich, dass das für den User so einfach wie möglich sein soll. Und da ist weder Composer noch die meisten anderen Bibliotheken sind da einfach zu bedienen und der User hat ja keine Ahnung, dass er eher noch etwas installieren muss oder will vielleicht nicht, dass das irgendwie automatisch geht. Und das ist eigentlich die größte Hürde. Also ich glaube, Stand jetzt ist es mehr ein UX-Problem als ein technisches Problem. Ich würde gerne die Geschichte aufklären mit den Settings. Ein anderes Thema, was auch so aus der DevOps-Ecke kommt, ist das Thema Logging. Mal wird es in der Textdatei geschrieben, mal wird es in die Datenbank, mal wird eine E-Mail verschickt über irgendwelche Events, die passieren. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, Dinge auch, ich sag mal, zu zentralisieren oder auch mal auf externe Plattformen auszulangen? Ich sag mal, da gibt es ja genügend Ideen, wenn ich jetzt einfach noch die E-Mail habe, sonst irgendetwas, wo ich das Logging, das Monitoring von Seiten ein bisschen streamlinen kann. Die Frage war, inwieweit Wordpress sich mit Login auseinandersetzt, ob es da irgendwann mal so eine zentrale Anlaufstelle gibt, auf die man sich dann halt spezialisieren kann. Die Frage ist, was für genaues Login meinst du? Meinst du jetzt so von wegen Performance oder wirklich so Login von, oder du hast ja auch E-Mails genannt, irgendwie so, ja halt, halt mehr in Richtung Notification, sag ich mal so. Notification ist eins, aber auch zum Beispiel irgendwelche Events, Sicherheits-Events, Verschlüsse, die gegen Passwort-Richtlinien kommen. Ah, okay. Also in Bezug auf Login sage ich jetzt mal, dass ich das eher unter Plugin schieben würde, aber in Bezug auf Notification könnte vielleicht der Pascal was sagen, weil er hätte da... Ja, als mich Dominik gefragt hatte, was ich für 4.6 machen will, habe ich gesagt, Notification-API, weil es gibt ja wp-underscore-mail für Mails zu verschicken und dann gibt es aber noch Push-Nachrichten und was es also gibt, Slack und so und vielleicht kann man da mal irgendwas machen. Und wenn das natürlich so eine API einfach zu erweitern ist, dann kann man das natürlich auch für Login brauchen. Ja, aber wahrscheinlich ist die Zahl zu knapp für 4.6, aber es wäre auf jeden Fall ein interessantes Feature-Projekt. Die aktuelle Timeline ist so, dass geplant wird ungefähr ein bisschen auf Basis von der West-API, dass die, ich sage mal, Infrastruktur für 4.6 eventuell vorgeschlagen wird. Also so ist halt der aktuelle Status, aber noch was genaueres... Entschuldigung? Welche API gibt es? Die Fields-API, das ist zum Beispiel für Metaboxen, dass man da halt eine standardisierte API hinter stellt, um halt sowas einfacher zu entwickeln, ja. So, vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Das kommt doch an, der ist sicher. Also, der ist ein Stuhl für WB-Post. Okay. Letter für's Buch. Kann ich dir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, weil... Also, auf meiner Liste steht's jetzt noch nicht irgendwie, aber du kannst es gerne mal vorschlagen. Also, ich kann nicht Ja sagen, ich kann auch nicht Nein sagen. Also, es kommt ein bisschen halt auf die Leute drauf an, die es dann halt... Nein. Ich glaube nicht. Ja, also... Ja, es kommt ein bisschen, weißt du, bei der Fields-API, da gibt es, glaube ich, Interface, deswegen könnte es halt... Also, jetzt nicht halt für WB-Post, aber so... Generell ist das aber auch ungefähr auf einer Linie auch wieder mit Final und so. Also... Hat das im WB-DP eigentlich Interface? Ne, es gibt kein Interface, wenn ich... Also, das wär mir neu. Soweit? Okay. Eine Frage hatten wir eventuell noch. Ganz kurz. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ja. Gibt es dann eine Möglichkeit, der PDF-API zu überschreiben? Ja. Also, sollten Plugins, Sprachdateien oder G-A-B-Dateien von Plugins und Chasing überschreiten? Ah, von Plugins. Ah, okay. Ähm... Gibt es die Möglichkeit, von Chasing-Aus-Lagin-Dateien zu überschreiten? Ähm... Ihr müsst aufhören. Ich habe sehr, denke ich, das ist noch eine Frage. Wir sind natürlich... Wir sind natürlich auch weiterhin hier auf dem Camp. Ähm... Und auch in den Touren, auch so ist. Ähm... Kommt gerne vorbei und wir antworten gerne weitere Fragen. Äh... Auch oben in die Corona. Vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank.